auch wenn es auf den ersten blick nicht so aussieht ich laufe gerade über das wasser über den geierswalder see in der lausitz denn dieses haus schwimmt im wasser auf dem dach der arche so heißt das schwimmende haus bin ich nun verabredet mit noreen knoppig frau knoppig sie gehören zum team das dieses haus entwickelt hat wie kommt man denn auf so eine idee ja der ursprung liegt einfach in der entwicklung des lausitzer seen landes da gab es die vision vom schwimmenden wohnen und wir als metallbauer mit der liebe zum wasser und natürlich auch noch mit dem entsprechenden see der mittelpunkt des den landes ist ja haben wir einfach die vision umgesetzt und wer wohnt jetzt zurzeit hier drin im moment sind feriengäste in beiden häusern das ist für ganzjähriges wohnen ausgelegt und ja einfach die entwicklung des den landes sage ich mal zieht auch die urlauber hier in diese region und jeder kommt hier auch trockenen fußes herein auf jeden fall dann werden wir jetzt gleich trockenen fußes in das schwimmende haus hineingehen zurück auf dem geierswalder see bin ich nun natürlich mächtig gespannt wie das schwimmende haus in aussieht wir haben hier den wohnbereich fernseher ausgestattet ist es für zwei personen im schlafbereich kann man sehen das doppelbett neuer schön und morgens kann man den see sehen genau und natürlich ist hier vom wohnzimmer aus schön auch immer der blick auf dem see noch schön und dann haben wir zusätzlich noch den galerie bereiche hinten wo wir natürlich die möglichkeit haben ja zum beispiel für kinder dass wir die halt auch noch unterbringen können heute wird ja nur ein leichtes lüftchen aber wenn es mal zu sturm und wellen kommt ist das schon mal jemand seekrank geworden also befinden uns ja auf einem schwimmenden haus und das haus ist auch wirklich nur am steg befestigt und ansonsten schwimmt es wirklich komplett frei wenn natürlich wind und wellen kommen merkt man die bewegung in dem haus aber wir hatten bis jetzt noch nicht den fall dass jemand seekrank geworden ist wohin geht es hier unten ja hier im unteren teil des hauses kommen wir dann in den s bereich mit küche und bad so und hier haben wir den s bereich des hauses und wie man sieht hat man natürlich von jeder räumlichkeit in dem haus wirklich immer optimale sicht aufs wasser ja das bietet sich ja hier wirklich an ja und hier die küche ja wie kommt der strom ins schwimmende haus an den strom beziehen wir von land also der wird überleitung wird er praktisch ins haus transportiert und dann kann hier genutzt werden so und hier haben halt noch das badezimmer mit dusche badewanne badewanne toilette waschbecken und schön wasserdruck haben sie auch aber wie halten sie das mit frischwasser und braucht wasser also rein genehmigungstechnisch ist es wirklich hier verlangt dass abwasser und trinkwasser von land bezogen wird beziehungsweise wieder entsorgt wird also wir haben alle medien anschlüsse von land und jedes haus hat ein hexewerk und ein pump system wo wir praktisch das hin und her transportieren es gibt natürlich auch eine autarke variante das bedeutet dass es behälter systeme im ponton geben kann wo diese wasseraufbereitung selbstständig im prinzip stattfindet ist aber hier für diesen standort nicht genehmigt worden dieses schwimmende haus besteht in den größten teils aus glas und stahl aber geht trotzdem nicht unter das haus geht auf keinen fall unter warum das zeige ich ihnen gleich auf dem geierswalder see gehen wir jetzt auf tauchstation mit dieser kamera denn auch unter dem schwimmenden haus gibt es bestimmt viel zu entdecken genau und zwar sieht man jetzt die drei stahl pontons diese sind mit luft gefüllt und tragen das haus verbunden sind die drei pontons über ein schwimmdeckrahmen und zwischen den pontons sieht man die heizspirale im prinzip für die wärme von der wärmepumpe und wir nutzen die seewärme über die spirale um das haus im winter zu heizen und im sommer zu kühlen außerdem hat man praktisch die trink und abwasserleitung die aus dem haus in die pontons gehen und von dort aus über flexible leitungen unter der steganlage geführt werden und somit das haus ver und entsorgt wird und wie bleibt es im winter in so einem haus warm wenn es fast nur glaswände hat also dass wir haben arbeiten hier mit einer dreifachverglasung also wir haben eine im prinzip eine spezielle wärme isolierverglasung und einem auch speziellen beschichtungssystem und damit können wir die wärme im haus halten und für den sommer haben wir unser lamellensystem das ist auch ein speziell entwickeltes system um natürlich auch den sonnenschutz zu gewähren damit es im sommer dann halt auch nicht zu warm im haus wird und hier an der seite da ist ja noch ein dach aus einem ganz anderen material wie ist das gedämmt also wir haben hier einen eine aluminium falzeindeckung und hier realisieren wir die wärmedämmung über eine spezielle beschichtung das ist also über ein spezielles dämmsystem das sind kunststofflocken die wir im prinzip einsetzen und erreichen damit auch die wärmedämmung und hier ist natürlich der vorteil an dem bogendach dass man die flächen nutzen kann um zusätzlich wärme zu erzeugen mit solarkollektoren hier hat man schon einige möglichkeiten an dem haus wir sind auf das trittboot umgestiegen um das schwimmende haus von der wasserseite auszusehen frau knoppig zurzeit schwimmen hier zwei häuser und sie haben noch größere pläne ja hier soll ein richtiger wohn- und ferienhafen entstehen und zwar der wohn- und ferienhafen skado auch benannt nach dem damaligen ort skado den es hier gab der dem tagebau weichen musste und ja da war halt einfach die idee als erinnerung zu sagen okay wir errichten hier ein neues areal mit 20 schwimmenden und neuen landseitigen häusern und wir widmen einfach diesem dorf den namen und übernehmen den halt einfach also skado wohn- und ferienhafen skado und das hat sich mittlerweile auch bei touristen und feriengästen rumgesprochen ja die schwimmenden häuser auf jeden fall es ist ein highlight für die regionen und vorteil ist natürlich auch dass der geierswalder see zentraler see des lausitzer seenlandes ist und wenn die überleiter fertig sind ist das wirklich ja dann ist wasserwandern möglich und das ist wirklich zentrale anlaufpunkte und kann man denn auch mit einem schwimmenden haus umziehen so zu dem nächsten hafen also theoretisch ist das auf jeden fall möglich das problem ist glaube ich eher der liegeplatz für schwimmendes wohnen also wenn man die möglichkeit hat einen liegeplatz für schwimmendes wohnen zu bekommen ist das möglich und man kann wirklich mit das haus von a nach b schleppen hier am geierswalder see bleibt mir noch herzlich danke zu sagen und ich wünsche noch alles gute vielen dank manett und gleich bis bald tschüss das nächste mal war einfach genial zeigen